ja hallo mein lieben wer lust hat auf eine luxus ein 1 plus 1 wohnung hier sagen wir oft 1 plus 1 oder 2 plus 1 das eine 2 oder 3 plus 1 das sind dann immer die schlafzimmer plus wohnzimmer salon wie sagen wir salon dazu in der türkei nur zur information also wer lust hat auf einen luxus 1 plus 1 wohnung in Oba, nahe der Waldorfschule, soll sich melden. Diese Wohnung kostet 69.000 Euro, nagelneu und hat Indoorpool, hat Kino, hat lauter so Sachen. Manche Kunden von mir sagen, ich möchte eine voll ausgestattete mit viel extra Sachen und so weiter, Sauna und so weiter. Ja, warum nicht? Der Kunde hat seinen Geschmack und das ist gut so. Nicht jeder soll einen gleichen Geschmack haben oder meinen Geschmack haben. Jeder soll seinen Geschmack haben. Andererseits bin ich auch da nicht abgeneigt für sowas. Ja, warum sage ich dann das? Naja, vielleicht bin ich nicht so ein Typ, der so viel Zeug braucht. Ich weiß nicht. Ich brauche meine ordentliche meine ordentlichen vier Wände und vor allem eine schöne große Küche und das war's. Gutes Internet und ja, die Lage ist natürlich auch sehr wichtig, wobei man hier halt wieder viel Grün um sich rum hat, viel Natur. Die Berge sind in der Nähe. Okay, jetzt schauen wir uns mal die Wohnung an. 69.000 Euro, wie gesagt, ist vor einem Jahr fertiggestellt worden. Das ist in diesem Gebäude und wartet nur, bis mal alles Grünzeug mal gewachsen ist, nach ein paar Jahren. Dann schaut es natürlich noch besser aus. So ist es natürlich toll, wenn man Kinder hat, umso besser. und das ist das Treppenhaus. Hier wieder Indoor-Pool und Spielplatz, Indoor-Spielplatz, Fitness. Eigentlich ein Fünf-Sterne-Hotel. Normal lebt wir in einem Fünf-Sterne-Hotel. Hier haben wir das Hauptzimmer mit der Küche und ja, das ist in dieser Wohnung, wo auch die schönen Marmor- und Fliesenplatten verwendet wurden. Auch der Aufzug, auch das Treppenhaus ist alles etwas hochwertiger und Küche ist eigentlich ausreichend von der Größe her, meiner Meinung nach. Hier der Eingangsbereich und hier das Schlafzimmer. Ihr wisst ja, so neue Objekte sind leider nicht immer riesengroß, aber dafür hat man halt den Vorteil, dass es nachher neu ist. Und ihr könnt schon sehen, die Deckungszugarbeiten auch sehr schön und Balkon mit dieser Aussicht. Und das ist auch eine Gegend, also in dieser Gegend, wo halt nur fünf Stockerwerke Bauerlaubnis gibt. Das gilt nicht für ganz Ober, wir haben auch in Oberhochhäuser. In Kestel zum Beispiel gilt das für ganz Kestel. Ja, und hier das Bad. Auch okay. Ja, natürlich dürfte es größer sein, aber ihr kennt ja die Grundstückspreise, habe ich euch ja schon oft gesagt. Die sind leider sehr hoch. Also wer eine super top 1 plus 1 Wohnung haben möchte in Opa mit vielen Möglichkeiten, mit Indoorpool und schönem Autopool, der ist wirklich schön, der soll sich bei mir melden. Ich kann gerne euch diese Wohnung vor Ort zeigen. Zum Strand haben wir es etwa 1,5 Kilometer zu Fuß. Ist das schon weit, aber ich gehe da von mir aus, denn ich sehe hier manchmal Kunden, die laufen von der Aquaresistenz zum Beispiel zum Mahmudlar Bazar. Ja, die laufen dahin. Bernd, ich will keinen Namen nennen, aber und dann fragst du sie, darf ich dich mitnehmen, ich fahre da eh hin, wenn du es gerade siehst, dass er da läuft oder er vorbeigeschaut hat. Dann sagt er, nein, ich möchte gerne laufen, ich möchte mich ein bisschen bewegen. Toll, oder? Das ist doch super. Das heißt, ich darf nicht immer von mir aus gehen, ich laufe auch gerne, aber nicht so ewig. Ja, nein, das mache ich nicht. Mein rechtes Bein lebt ja, habe ich euch ja erzählt, durch den Rollerunfall, Beinbruch gehabt und seitdem lebt mein Bein und sagt dann irgendwann, nee, jetzt will ich nicht mehr und kann ich jetzt gut als Ausrede nehmen, aber das ist keine Ausrede, das ist wirklich so. Nach dem Beinbruch ist es wetterfühlig geworden und viel mehr, ich muss mich da viel mehr, ja, braucht mehr Streicheleinheiten, mein Bein ist ein eigenes Lebewesen geworden und top stabil, alles gut, aber er lebt. Okay, fehlt nur noch, dass dein Gehirn und Augen rauswachsen. Okay, meine Lieben, so viel mal von mir, also wer Lust hat für diese Top 2-Zimmer-Wohnung, meldet sich. Vielen Dank fürs Zuhören, passt auf euch auf, liebe Grüße. Bis zum nächsten Mal.